Hallo Leute, es geht weiter mit The Walking Dead, der zweiten Episode. Ja, zuletzt ist ja einiges passiert, was ich ja jetzt nicht alles wiederholen brauche. Ihr habt es ja gesehen. Die Frage ist jetzt, gehen wir mit den anderen los? Andy und Danny oder war es das jetzt hier oder nicht? Also gibt es hier noch irgendwie jemanden, mit dem ich reden kann, den ich übersehen habe? Bin mir da irgendwie unsicher. Hm, Spitz, ja, äh, halt gut, ne, für gegen Feinde und so. Mit denen da hinten hatte ich ja schon geredet, deswegen, ähm, deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal los mit denen. Ich meine, er hat das ja auch vorgeschlagen, dass wir zum Banditenlager irgendwie oder dass wir die auskundschaften oder so und, äh, ich finde die anderen einfach gerade nicht. Hey, Lee, change your mind about going out to track down them Bandits? Ja, dann gehen wir. Ja, es wird eine gute Möglichkeit, zu finden etwas mehr über das, was wir stehen. Let's do it. Ich werde hier und holen den Fohr. Remember, wir machen jetzt nur eine Reconneissanz für heute. No use getting ourselves killed. Sie ist so süß. Die beiden könnten echt Vater und Tochter sein, finde ich. Ich finde, die sehen sich auch so ein bisschen ähnlich und, ach, ich finde, die beiden passen auch einfach gut zusammen. Vielleicht wollte Lee ja auch immer Kinder und, ach, ich finde, das passt zu ihnen. Ich weiß, dass es hier ist. Ich weiß, dass es hier drin ist. Es muss sich nahe sein. Hier ist es. Ich weiß, es ist hier. Hier ist es. Hier ist es. Oh, shit. Du hast es gefunden? Ähm, Schleich ins Lager. Okay. Ich versuch's ganz vorsichtig. Ich guck mich um. Äh, hier geht auch so eine Abzweigung nach rechts, was mir nicht gefällt gerade. Geh hinterm Baum. Sieht leer aus. Kann ich nicht sagen. Oh. Can't tell. Watch my back, Lee. I'm gonna check out the tin. Hmm. Das ist das, was ich dachte. Okay, wenn wir sicher sind, ist ja gut, was ist hier? Okay. Was haben wir hier? So einen Warenkorb? Was ist in den Boxen? Sie sind alle von Savelots. Die ersten paar Tage haben die Leute zusammengebracht, um die Savelots durch den Interestaten zu sammeln. Was ist das, was wir nehmen? Nichts außer... Das ist so viel Warenkorb. Wir wissen nicht... Nicht, wenn du ein paar wunderschönen Kanten brauchst. Ich werde passen. Hm, ist da tatsächlich nichts mehr? Da ist doch was. Jetzt will ich aber langsam mal wissen, was da ist. Kann er da nicht einfach ran? Was ist denn jetzt das für eine komische Flasche da? Hä? Da um die Ecke, da liegt doch was. Geh doch da mal ran, Lee. Menno. Geh mal hier lang. Komisch. Das sind ja nur Flaschen. Das hatten wir doch schon. Er hat jetzt alles hier wegbewegt und da hinten... Er muss doch nur da hinten hingreifen. Lee! Das regt mich auf. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Anybody inside? Two sleeping bags. One of them ist kid-sized. Looks like they expected to be here a while. Empty. Er findet hier immer irgendwelche Sachen und... Ja, dann nimm sie doch. Nimm die Kamera. Aber nee, jetzt findet er das bestimmt. Ist auch blöd. Ich sehe, dass du diese Schäufe handelst. Ich lege dich ziemlich gut. Du bist ein Hörer? Nein, aber Lilly hält uns alle auf einer normalen Trainingsschätzung. Lilly, hm? Oh, nicht schon wieder eure dämliche Frage. Auf die antworte ich ganz sicher nicht schon wieder. Kann ich mir das Zelt nochmal genauer angucken? Mhm. Wie? Er ist weg. Achso. Oder ist er da noch? Oh, wie schrecklich. Blutiges Häschen. Schlafsack. The hell? Don't fucking move. Shit! Put your guns down. I ain't going back. You tell him Jolene ain't going back. Hey, we had a deal. No shooting as long as we gave you food. What the fuck happened? You had a deal with them. I ain't them. Oh, I know you. I know what you are. And I know what you do. You don't know me. You steal my shit. You steal everything from me. Who the fuck are you? Hahaha. Look, it's not safe up here in the woods. You gotta come back to the dairy. Oh, it's a hell of a lot safer up here than down there, you best believe. Now, maybe you didn't hear me last time. When I asked you, sweet, put your damn guns down. You think I won't kill you? I'm gonna take this here crossbow and put a nice sharp arrow right through your eyeball. And into your goddamn brain. You're not men. You're monsters. All men are monsters. Take what they want and destroy it all. Take a can of beans. Take a little girl. It's all the fucking same to you. Where did you get this hat? The little girl. You stole it from her. So what if I did? You stole her from me. What the hell are you talking about? You know what? I changed my mind. I'm putting this arrow right through your balls. Yeah, right through. String them up on that tree. Then I'm gonna head down to that tower and shoot every goddamn person I see. Put down the crossbow. No, sir. I needed it. I needed to kill you fuckers. Go on. Tell him, boy. Tell him what you got in mind. Oh! God damn it! Du hast diese Frau ermordet. Vielen Dank für Ihren Einkauf bei SafeLots. It's a clean shot, though. Right through the forehead. That's good shooting right there. Still, what a waste. So, that's it. We going back? If they ain't here, I don't know where they are. Then it ain't a good idea to go tromping through the woods looking for them. So yeah, we head back. Once they see this, they'll get the message. Oha, Mann, oh Mann. Jetzt musste ich schon wieder so schwierige Entscheidungen treffen, aber ich finde, ich hab's ganz gut gemacht. Ähm, da ist immer noch irgendwas Gelbes da hinten. Irgendeine Flasche oder so. Irgendwas, was er noch hätte mitnehmen können. Wieso untersucht er sie nicht wenigstens nochmal? Oh Mann, und wieso gehen die denn jetzt? Da hat er doch irgendwie die Kisten an die Seite geschoben und da lag doch noch irgendwas auf dem Tisch. Okay, das ist vielleicht jetzt nicht gerade so wichtig wie das andere, aber das ärgert mich jetzt, falls es da irgendwas zu mitnehmen gab und ich es nicht habe. Mann, das war ein helles Gerät, hm? Jesus, Denny? Was? Du bist nicht so leichter, Marja. Nicht nachdem, was sie mit deinem Freund getan haben. Du bist zurück! Was ist passiert? Ich habe es gekriegt, Mama. Kann nicht hinhören. Sie können auf irgendetwas... Ja, das könnte man so sagen. Ja, du könntest das sagen. Sie sehen nicht genau wie wir es nicht genau sehen, wie wir Dinge tun sollten. Na, es ist wahrscheinlich nur das Hunger zu sprechen. Und Lee? Nehmen Sie sich nicht über die Banditzen. Ich bin sorry, Sie haben mehr Verlust gesehen, als ich in Ihren kurzen Zeit gesehen. Aber Sie sind alle hier sicher. Nehmen Sie sich nicht. Ich denke, ich werde einen Blick auf. Nehmen Sie sich nicht zu weit. Nehmen Sie sich nicht zu weit. Ja, voll gut. Da wird sie sich doch bestimmt freuen. Gehen wir doch mal... Gehen wir doch mal gleich zu ihr hin. Oder sollten wir vielleicht doch erstmal mit... ihr da hinten reden? Nein, wir bringen das erstmal. Wir bringen das erstmal Clementine. Er hat ja gerade schon so aufs Käppi geguckt. Und sie hat gewunken. Ein kleines Versteck für die kleine Klemmen. Ach, wie süß. Ach, wie süß. Ach, wie süß. Wow. Katja sagt, Mabel könnte heute Abend ein Baby haben. Wir sehen uns, Clementine. Was ist das Ding? Daddy sagte, es ist ein Salzlick. Ja, aber nicht licken. Es ist gross. Hat du es licken? Entschuldigung. Oh, nein. Entschuldigung. Was süß jetzt bestimmt probiert. Und deswegen hat sie auch gesagt, nicht machen. Ach, wie süß die Kinder. Ja, die Kinder können einen noch wenigstens immer mal zum Lächeln bringen und erinnern einen an die wirkliche Welt. Und nicht die Zombie-Welt. Naja, okay, die Zombie-Welt ist in dem Sinne jetzt auch die wirkliche Welt geworden. Aber so die gute, erinnerte Welt, die man mal hatte. Wann glaubst du, können wir essen? Danny und ich haben bald eine Frau getroffen. Hm. 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 Da freuen sich bestimmt alle drauf. Die arme Kuh. Ja, ja, ich wollte mit Katja eigentlich reden. Ach ja, geben wir Clem mal das Käppi wieder. Ach, erstmal reden wir mit Katja. Oder auch nicht. Hier, Clementine. Mein hat. Der Gedanke ist mir lange nicht gekommen. So, kann ich jetzt mal mit Katja reden? Oder ist die nicht ansprechbar? Ich glaube, die ist einfach nicht ansprechbar. Na gut, dann gucken wir uns mal hier die Dinge an. Hat die Kuh denn hier kein Futter oder warum ist die so abgemagert? Also ich meine, Stroh, aber Heu und Gras gibt es doch, oder nicht? Irgendwelche Kisten? Okay. Das war's aber auch, oder? Ja. Finden wir hier irgendwas hoch? Was ist das denn? Was ist das? Die Kamera geht immer so nach oben wieder. Das ist ein Schuh und Sachen. Okay. Sehr mysteriös. Sehr, sehr merkwürdig. Was ist das da unten? Ist das was Wichtiges? Ja, ein Futtertrog. Wenn das ein Futtertrog ist, warum hat die Kuh dann Hunger? Ja, ich, jetzt gehe ich wieder in die Zelle rein. Das wollte ich gar nicht. Nee, du kannst wieder zurückgehen hier aus dem Stall. Was ist eigentlich mit da hinten? Kann man da durch? Ich werde sie um jeden Preis beschützen. Ich werde sie schützen, egal was. Ich weiß, du kannst. Schau, der Mann mit Kachina. Was ist der Name? Er hat es richtig festgelegt, als wir kommen. Ich habe definitiv gehört ein Geräusch da hinten, Lee. Was? Mein Punkt ist, wir müssen sicher wissen. Also, geh holen einen Hammer oder so, und ich werde das Ding auf in ein Moment. Du gehst mich auf, in case die Farmers kommen. Du gehst mich auf, Mann. Ich denke, das ist gut. Du schlugst das Lock. Dann, was ist das, wenn du bist? Du bist einfach so, dass du dir falsch bist. Du hast deine Chance zu bekommen, um die Kinder zu schützen. Use deine Kopf, Kenny. Alles klar, Professor. Was hast du in mir? Lass mich mal schauen, was wir mit uns beschäftigen. Was wir mit uns beschäftigen? Hey, Lee. Du kennst wie ein Lock, richtig? Nein! Warum würdest du das sagen? Ja, du bist... Du bist, du... ...irban? Du bist nicht sagen, was ich denkst du bist. Jesus, Mann, ich bin von Florida. Töne Scheiße kommt einfach aus meiner Mund. Sorry. Hmm... Was? See, die Schrauben? Instead of breaking the padlock, können wir einfach die Assemble aussehen, dann riecht es wieder einmal, wie nichts passiert. Was ist hinter dieser Tür? Ähm... Was ist hinter dieser Tür? Was ist hinter dieser Tür, Andy? Just Tools. Wir halten die Schrauben, damit die Menschen in den Wald nicht versuchen, sie zu holen. Wir wären ohne sie tot. Hey, äh... Don't fuck around with this door, okay? Just... You know... Mama gets nervous. Andrew, I need your help again. No problem. Right away, Doc. Ich dachte, ich frage einfach mal direkt. Weil manchmal ist direkt sein... Lenke Andy ab, um ihn aus der Scheune zu locken. Mhm, okay. Manchmal ist das direkte Fragen ja auch ein gutes Ablenkungsmanöver. So... So ganz, äh... Hey, wir haben das halt hier entdeckt und wollten nur mal wissen, was dahinter ist. Es kann ja auch eine ganz normale Frage sein. Wenn er es halt nicht so forsch sagen würde... Hey, was ist hinter der Tür? Hey, sag jetzt schon! Nimm mir... Nimm mir... So, was soll ich denn jetzt machen? Wie mache ich das denn? Hey there, Andy. Yeah? Hast du einen Schraubenzieher? Danny erwähnte, dass er etwas braucht. Ähm... Danny mentioned he needed something. Did he say what? Shit, I... I can't remember now. Sorry. Alright, alright. Be right back, Doc. Ja, dann geh doch da jetzt mal hin. Da... Quatsch... Kenny an. Still can't get that lock off the door. Hm. You probably just need a screwdriver or something. Ja, das wäre eine gute Idee, wenn ich wüsste, wo ich einen finde. Muss ich dafür denn, äh... Irgendwie erstmal wieder... Finde ich hier zufällig einen auf dem Boden? Das wäre toll. Äh... Eher nicht. Das ist natürlich blöd. Ja, ich würde sagen, mit dem Schraubenzieher, das mache ich im nächsten Part, weil der wird jetzt hier sonst zu lang. Und vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal bei The Walking Dead.